Ja und jetzt werfen wir noch einen Blick auf unseren Eventkalender. Vom 1. bis 7. März wird in Lechaschau der 28. Dorfcup des Billiardklub Lechaschau ausgetragen. Dreierteams müssen hintereinander den Tisch, also alle 15 Bälle mit zu wenig Aufnahmen wie möglich, abräumen. Eine Mannschaft besteht aus drei Spielern, wobei maximal ein Lizenzspieler pro Team erlaubt ist. Am Freitag, den 1. März, sorgt die Außerferner Coverband Edelbrand, die Edelband, im Seilstadel der Burgenwelt Ehrenberg für beste Stimmung. Los geht's um 19 Uhr. Und ebenfalls am 1. März erzählt Barbara Hornstein in der Bücherei Reuthe von ihren Erlebnissen aus einem Jahr in Georgien. Ein vielfältiges Land mit offenherzigen Menschen, vielfältiger Landschaft, großartiger Küche und einzigartiger Tradition. Barbara Hornstein arbeitete in einem Kinder- und Jungprojekt der Caritas und freut sich darauf, gemeinsam mit allen Interessierten auf diese inspirierende Zeit in Georgien zurückzublicken. Alle Details zu diesen Events und auch weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage unter www.re1.tv. Dort habt ihr die Möglichkeit, auch eure Veranstaltungen kostenlos einzutragen und sie damit zu unseren Event-Tipps hinzuzufügen. Jetzt geht's bei uns weiter mit dem Wochenblick und da schauen wir, was in der vergangenen Woche sonst noch alles los war.